Sehr geehrte Damen und Herren, Sie fragen sich jetzt sicher Daniel Legloff. 5 Jahre Tourismusdirektorin Sils-Maria, wunderschönen Oberengladien. 22 Jahre Kulturhauptstadt der Schweiz, Basel, immer nur hochgegangen. Und der wechselt jetzt, macht sich selbstständig. Sozusagen vom Auftraggeber zum Auftragnehmer muss er hinterher hecheln, seinen Auftrag. Ja, es ist so. Es war immer schon ein Wunsch von mir, selbstständiger Unternehmer zu werden. Meine Weggefährten meinten, mit deinem Netzwerk, welches du in der Schweiz hast, mit deiner Erfahrung, mit deiner Kompetenz, aber auch mit deinem Vertrauen, welches du in der Branche geniessest, ist jetzt sicher der Zeitpunkt, um das zu realisieren. Ich glaube, die ersten paar Monate haben uns recht gegeben. Wir haben wunderbare Mandate, wunderbare Aufträge bekommen. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von Nadia Bohrer und Aisha Gutknecht. Ich glaube, wir sind ein spannendes Kompetenzteam, das sich ihre Arbeit annehmen. Und ja, wir möchten uns an dieser Stelle auch sehr bedanken für all die Referenzen, die Sie auf unserer Webseite finden werden. Aber auch auf den Beitrag von TeleBasel, wo unter anderem mittlerweile der Bundesrat Jans uns gibt. Das freut uns natürlich sehr und hilft. Genauso, wie wenn Sie sich ein bisschen herumschauen, vielleicht unsere Webseite und unsere Agentur weiterempfehlen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank für Sie zu schauen und einen schönen Tag. Dieser Blick kommt an,